So, da sind wir auch schon bei der nächsten Ausgabe, nämlich Verstecke dich bei Tilted Towers und Daily Bugle in einem Müllcontainer. Ist eigentlich ziemlich simpel, nur wir wissen beide, äh wir wissen beide, wir wissen, dass wir natürlich da etliche Gegner haben werden. Ich habe mich jetzt entschieden erst hier zu landen. Warum? Ganz einfach, wir könnten mit Spider-Man direkt wieder durchziehen. Ist natürlich nicht ganz so einfach, wollen wir erstmal gucken, wo überhaupt Mülltonnen da sind. Aber wir gucken jetzt einfach mal zusammen, vielleicht kriegen wir es ja ganz easy im ersten Versuch hin. Ansonsten werden wir es wahrscheinlich nochmal aufnehmen. Aber ich denke, man sollte jedem klar sein, wir müssen halt hier landen und einmal in Tilted Towers, jeweils in einer Mülltonne verstecken. Ich weiß nicht genau, ob in einer Runde, aber es steht zumindest mal nicht da, dass wir es in einer Runde schaffen müssen. Jetzt gucke ich nur gerade, wo ist hier eine Mülltonne. Zwischen den Häusern. Ah, hier haben wir schon die Mülltonne gefunden. Ihr seht es hier auf der Karte, ganz rechts außen. So und jetzt muss ich eigentlich nur, genau, einmal schnell durchziehen. Dieses andere, hallo? Hallo? Ja, das ist so, wie ihr mich kennt. Erstmal einen schönen dicken Fail hinlegen. So, aber ihr habt es jetzt gesehen. Einfach da. Jetzt haben wir schon eins von zwei und jetzt müssen wir einfach nur nach Tilted Towers. Deshalb auch die Spider-Man-Geschichte, dass ihr halt ziemlich zügig euch da rüberziehen könnt. Sind jetzt 800 Meter. Ja, mit Spider-Man ein bisschen kann ich inzwischen mit dem Mist umgehen. Ich habe sie ja am Anfang verflucht, aber jetzt, wo ich dann doch wieder ein bisschen mehr vor Ort mit am Spielen bin, geht es dann doch einigermaßen. So, jetzt haben wir noch 500 Meter. Ich weiß jetzt schon, in der nächsten Season, wenn sie weg sind, werde ich sie schon vermissen. Weil sie einfach so nice sind von der Fortbewegung her. Du bist eigentlich von nichts sicher. So, ich weiß, da ist Glombo, da hätte ich noch ein paar tanzen können, die Tanzaufgabe machen können. Aber wir wollen natürlich die Aufgabe jetzt erstmal schaffen. So, jetzt muss ich schon hier die Augen offen halten nach einem Mülleimer, äh, beziehungsweise Mülltonne. Ihr kennt euch wahrscheinlich besser aus als ich, aber ich werde schon eine finden. Hier sehe ich noch keine. Ich schätze mal da hinten, werde ich eine finden. So, erstmal nehme ich den Gegner, aber der wird sich ja mit Sicherheit in Ruhe lassen. Da haben wir schon eine gefunden. Muss nur schnell genug sein. Einmal durchrutschen. Nein, es ist keine zum Verstecken. Die hier auf. Zeit, ihr seht, einmal geschafft. Gegner ist klar, was er jetzt vorhat. Ja, da war natürlich wieder der Kicker. Er dreht sich schön um mich rum. Ich komme nicht hinterher, weil ich am Aimen bin. Aber ihr habt gesehen, so macht man das Ganze in einer Runde. Ich denke mir, ihr werdet das Ganze auch hinkriegen. Wenn Fragen sind, einfach in die Kommentare schreiben. Ihr seht es nochmal gerade, wo ich hier bin. Genau da, wo die Sprechplatte quasi ist, wo die Punkte sind. Und so haben wir auch die Aufgabe geschafft. Wir sehen uns bei der nächsten Aufgabe. Und haut rein.